so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die profi cowboy fan von katan eine batterie ihr kennt mich mit wirbeln nem hat das gute stück 486 gramm also fast komplett ausgelastet und ja was haben wir denn hier fragt ihr euch ist vielleicht ja wir haben wir eine fette 30 mm fächer cake immer mit wirbeln beim ausschuss und allen möglichen effekten oben am himmel das verspricht pervers gut zu werden und genau deswegen gehen wir jetzt raus und zünden die viel spaß beim test ich bin auch ein großer fan von cowboys die